Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tombrader. Muss ich jetzt da hoch? Oder muss ich jetzt hierbleiben? Fuck! Äh, muss ich mich jetzt hier dran vorbeischleichen? Jo, wie es aussieht einfach ganz easy, ja. Shit! Okay. Warum auch immer er sich genau den Moment umgedreht hat. Scheiße. So, nochmal. Hey, willkommen erstmal so in Let's Play Tombrader. Alter Vater. Meine Güte. Ähm. Einfach mal hier hin. Und jetzt gleich hoffen, dass die uns nicht schon wiedersehen. Hey, einer sitzt in der Pfanne. Oh Gott. Mann, okay. Ja gut, das war jetzt ein bisschen dumm. Aha. Okay, ich bin nicht gut in sowas. Wie man gerade sehen kann, glaube ich. Scheiße. Okay, Moment. Ich mach's mal anders. Hier hin. Weiter verstecken. Ja, 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 ja. Okay, okay. Oh Gott. Oh Gott. Den hab ich grad irgendwie nicht erwartet. Einfach hoch, einfach hoch. Oh Gott. Die dort hab ich auch nicht erwartet. Kommt da noch einer? Nein, da kommt keiner, ne? Oh doch, da unten ist einer. Schnell hoch, schnell hoch. Wie lang? Ja. Oh. Huh. Atme doch nicht so laut, Mann. Warum atmest du auch so laut? Lera, Mann. Fuck. Okay, mein Kaffee ist zu heiß. Ich kann den noch nicht trinken. Scheiße. Nein! Ich hab, nein, ich wusste nicht, was ich drücken muss. Shit. Alter, meine Reaktionszeit lässt aber auch zu wünschen übrig, ne? Ah, okay, gut. Wir sind immerhin wieder hier. Immerhin sind wir wieder hier. Okay, Moment. F drücken. Bats! Nicht dein Ernst! Hat sie ihnen das Ohr abgebissen? Okay, was muss ich drücken? Okay, was muss ich drücken? Ich wusste nicht, was ich... Ah, Mann! Man hat ja kaum Zeit zu reagieren. Was ist das denn? Ah! Ich wusste auch nicht, wo ich... Ob ich jetzt richtig hingeschossen hab, also die richtige Richtung geschossen hab. Oder an die richtige Stelle, sagen wir so. Scheiße, Mann, ey. Drück F! Okay, nochmal F drücken gleich. F! Ich glaub, sie hat ihm das Ohr abgebissen. Ei, 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 fuck, ey! Ich glaub, er ist tot. Ja, der ist tot. Und ich glaub, wir sind ein bisschen dreckig. Heilige Scheiße. Die Pistole können wir doch gar nicht mehr nutzen. Die ist... ...nicht mehr geladen, glaub ich mal. So, ich will nochmal hier rein. Können wir nicht? Dein Ernst? Naja, eben. Sie ist nicht mehr geladen. Richtig. Wir können da nichts machen. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Können wir rein? Ich glaub, wir sollten wir nicht rein, oder? Wir bräuchten... Kann ich meine Waffe... Ah, okay. Haben wir Pfeile? Wir haben auch keine Pfeile, oder? Scheiße. Wir haben nichts. Fuck. Okay. Genau, was ich noch erwähnen wollte. Es tut mir leid, dass die... ...das Wochenende über keine... ...äh... ...Videos kam. Ich hatte internetfreies Wochenende. Das ist ja nicht... Ich hatte Internet frei. Kein Internet, sondern... ...ich hatte das Internet nur für mich. Und deswegen habe ich die... ...ganze... ...das ganze Wochenende dafür genutzt, um LOL zu suchten. Weil ich... ...ja... Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Nein! 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 Geh weg! Okay. Weil ich... ...äh... ...eigentlich noch Gold ko... ...äh... ...Diamant. Platin. So. Platin kommen will dieses Season. Was ich, glaube ich, aber nicht mehr schaffen werde. So. Können wir hier noch irgendwas sammeln? So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch ein bisschen Munition. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Pfeile haben wir jetzt auch, glaube ich, wieder. Na ja, genau. Sechs Stück. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. 35 Schuss. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Leute, da waren ja welche hinter mir. Und das Haus brennt. F. Okay. F. Komm schon. Nice. Heilige Scheiße. Hä? Ja, okay. Was ist hier? Munition. Immerhin. Okay. Das ist super. Ja, wahrscheinlich sind wir tot. Genau. Ist okay. Sucht nicht mehr nach mir. Was? Geräuschloser Kill. Nutzt den Bogen. Das war ein Volltreffer. Können wir plündern? Ja, plündern. Komm, bisschen was nehmen. Okay, da ist nochmal Munition. Schön. Was? Achso, wir sind voll. Linke Maus zu... Was? Halten sie... Ausgerüsteten Bogen. Linke Maus ist gedrückt, um was zu machen? Ja, den Bogen zu spannen. Ist mir auch klar. Oder stand da gerade was anderes? Ich hab nicht genau gesehen, was da stand. Und... So, hoch. Ach, Leute da. Wir werden's bald wissen. Eine Crew schleppt es gerade rein. Okay, super. Geschafft. Bogen mitnehmen. Äh, Pfeile mit... Wurde das jetzt... Was? Waffenmodifizierungs... verfügbar? Leute! Ich hab sie... Hab ich sie? Ich hab sie noch. Okay. Hi, Digga. Ich hab nicht... Wow. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Roth. Ich hab hier echt ein Problem. Sie ziehen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Ein paar mehr, ja. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen wahren, Roth. Was? Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuchs. Hier ist noch eine andere Treppe. Oh Gott. Will ich da runter? Die Treppe bin ich hochgekommen. Was ist das mit der hier? Kann ich da runter gehen? Kann ich gar nicht runter gehen oder wie? Oh Gott. Okay. Das war kein... Nein. Das war keine gute Idee. Fuck. Scheiße. Okay. Das war richtig bad, Alter. Oh Gott. Kann ich hier nicht irgendwie... Kann ich das nicht irgendwie... Nein. Lol. Ich will die... Mann. Die könnte ich runter springen. Aber da unten wird auch nichts wirklich sein, glaube ich. Deswegen lassen wir das mal. Ich denke, wir müssen da hinten weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Und das hier nochmal. Springen dort hoch. Genau. Gucken wir hier nochmal ein bisschen weiter. Da lag was. Da lag was. Geocache. Catch. Whatever. Kann ich die umrempeln? Nein, kann ich nicht. Schade. So. Da ist noch so ne Truhe. Da sind nochmal Pfeile. Ja. Wir sind voll mit Pfeilen und Munition. Da ist ein Lager. Das ist sehr schön. Würde ich sagen. Hinsetzen. Bei Alpenfällen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Das ist alles wirklich Truhe. Nein. Denk nicht darüber nach, Lara. Müssen wir da jetzt hin? Ich glaube. Es hilft dir nicht. Aber wir haben ja alle ein Loch. Wow. Wir haben ja noch lange nicht alles gemeistert. Aber wir bleiben hier. Sie müssen. Nein, nein. Hinsetzen. Danke. Und das hier. Überleben Upgrades oder Jäger Upgrades? Jetzt. Ich glaube, wir nehmen Überleben. Äh, Jäger. Wir können nur die beiden machen. Haben mehr Zeit, um mit dem Bogen zu zielen. Setzen sie Beutel und Taschen effektiver ein. Mehr tragen. Ah, das nehme ich auf jeden Fall gerne. So haben wir dann... Ja, noch mehr Platz für Munition und so. Ups. Ich will auch bitte hier noch was upgraden. Genau. So, wir können unseren Bogen oder die... Ach, die haben wir schon verstärkt. Okay. Verstärkung Wurfarme. Nicht genug Material. Schade. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Scha... Oh, mehr Damage. Okay. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Okay. Ist auch nicht schlecht. Allerdings, guck ich mal hier. Gewährt ein Feuermodus mit drei Schusssalven. Hm. Größeres Magazin. Wäre auch nicht schlecht auf jeden Fall. Weniger Rückstoß ist das glaube ich, ne? Das hier ist... Ja gut, können wir nicht nehmen. Und... Ich glaube... Wir entwickeln sogar mehr Magazin. Ja. So haben wir... Ja, können wir mehr Schuss abgeben. Das ist super. Das ist sehr, sehr gut. Gucken wir uns nochmal die Pfeile hier. Glauben wir ja jetzt mehr tragen könnten. Gucken wir nochmal hier lang. Da sieht das nämlich noch interessant aus. Irgendein... Tagebuch. Tagebuch. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay. Also... Es hört sich momentan so an, als ob diese Insel hier... ...verflucht ist. Irgendwie. Können wir noch irgendwas anfackeln oder so? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ist hinter dem Wasserfall... Nee, da sieht es nicht so aus, als ob da was wäre. Und dann würde ich sagen... ...gehen wir jetzt ganz normal den Weg weiter. Ich denke nicht, dass wir das Spiel hier übrigens zu 100% abschließen werden. Wo? Da. Okay, der ist besiegt. Der ist auch besiegt. Der auch. So, und ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Okay. Äh, wo war ich genau? Äh, ich denke nicht, dass wir das Spiel zu 100% machen werden. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich dann... ...ja, ob ich das Spiel zu 100% durchspiel werde. Ob ich dann nochmal an jeden Ort zurückkehren werde. ...den wir bisher besucht haben, um da in dem Gebiet 100% zu erreichen. Ich überleg mir das noch. Wir konzentrieren uns erstmal nur auf die Story komplett. Nur darauf, das Spiel hier einfach normal storymäßig durchzuspielen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Plan. War das jetzt nötig, dass wir hier hochgegangen sind? Ich weiß es nicht genau. Hm. Ähm... Ist hier oben noch irgendwas anderes Interessantes? Ich glaube nicht, oder? Nee. Nee. Gut, dann einfach wieder ganz normal runter. Wir hätten da auch so hoch kommen können, okay? Okay. Da unten können wir noch hin. Ich glaube, da müssen wir sogar hin, oder? Ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter. Ach doch, wir könnten da reinspringen. Okay, dann will ich erstmal nach da unten. Ja, erstmal will ich nach da unten. Das ist das Gebiet jetzt. Der Kunde macht ja Sinn. Habe ich... Ja. Macht ja sehr viel Sinn eigentlich. Aber... Ich weiß nicht, ob ich hier später nochmal zurückkehren will. Ich weiß nicht. So, hier sind wir hier... Ah, okay. So. Gut, dann haben wir hier... Glaube ich nichts mehr, oder? Ha. Doch, hier ist was. Geocatch. Bergtempel. Alle komplett, okay. Ach, die Geocatch sind in jedem Gebiet irgendwie verteilt. Wie es aussieht, okay. Gut. Oder in jedem Gebiet gibt es eine Anzahl an. Geocatch... Caches... Caches... Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Hoffentlich springen wir jetzt nicht in unseren Tod. Okay, ich brauche hier... Eine Fackel, wie es aussieht. Kann ich da nicht hoch? Scheiße. Wo kriege ich denn hier Feuer her? War der Fackel da oben? Nee. Ah, von da oben wahrscheinlich. Hä? Aber wie komme ich da hin? Ich komme hier nicht wieder hoch. Irgendwie... Auch nicht. Das abschießen? Ja. Okay. Okay. Ich... Ich... Ähm... Ich habe Angst, hier weiterzugehen irgendwie. Lautlose Kills. Okay. Ach, ey, 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 ey. Okay. Okay, geschafft. Nice. Oh Gott. Okay, den haben wir auch erledigt. Okay, schön. Ja, okay. Der ist... Was? Was? Was zum Treue für dich? Hilfe! Da ist sie! Okay. Scheiße, alter. Das ich nicht getroffen habe. Das ist echt ein bisschen bitter. Nein! Da oben ist noch einer. Ich habe noch getroffen, locker! Komm schon! Du willst es! Ich weiß es! Nein! Ist noch irgendwo einer? Ist noch irgendwo einer? Ich seh' keinen mehr Ey, wo? Ach, da Geh weg Ja, ich bin sehr gut Ich treffe dich einfach nicht aus einem Meter Entfernung Fuck Ich will die ganzen Leichen untersuchen Okay, ich sollte mich beeilen Da ist, glaube ich Nichts mehr Oh Gott, ans Seil springen Nice, okay Okay Was ist da unten? Ich glaube, nichts Interessantes Okay Heilige Scheiße Aber wir müssen den Part eh beenden Glaub ich gerade ein paar Frame-Einbrüche Wo sind wir? Hä? Kommt mir so ein bisschen bekannt vor irgendwie Oder? Ich untersuche noch schnell das Gebiet hier Und was haben wir hier? Ah Okay Hm Pfeile Nehme ich gerne mit Brauche ich gerade Dringend Jetzt, wo ich kaum noch welche habe Weil ich wahrscheinlich so viele Na, obwohl ich hab Was heißt kaum noch welche? Noch genug, aber Einfach so mega viele verschossen, ey Weil ich ein Held bin, ey Ich bin Wow Dafür brauche ich Feuer Das kann ich mit Feuer abwackeln Das kriege ich hin Ich brauche nur Feuer Ähm Ich will da hinten hin Will ich hier runter? Was ist das? Irgendwelche Bären Okay Irgendwelche Bären Hä? Nice Was ist hier? Kann ich hier Da oben dran die Fackel anziehen Nein, kann ich nicht Okay Und spring Oh Gott Und hier hoch Noch eine Fackel zerstören Kriegen dadurch ein Achievement, Leute Ich meine, das ist super So, wo Da kriege ich Feuer her Okay Das will ich noch schnell machen Und dann Beenden wir den Part So Und Bitte Nach da hinten So Was bringt mir das jetzt? Achso Nur die Kiste Oh wow Gut Leute Dann würde ich sagen Das war es mit dieser Folge Wir sehen uns Bei Das Nächste Mal wieder Haut Da rein